Es geht erst einmal bergab zu Wochenbeginn und es ist eine Kombination ziemlich schlechter Nachrichten, die bei genauerem Hinsehen jedoch mittelfristig ganz gute Nachrichten sein könnten. Warum, werde ich versuchen gleich zu zeigen. Aber jedenfalls ist das schon ein bisschen ungewöhnlich. Normal ja diese Vorweihnachtszeit eigentlich eine bullische Zeit. Da ist man auf Weihnachtsrallye programmiert und viele waren sicherlich auch auf diese Weihnachtsrallye hin programmiert. Und die kommen natürlich jetzt in Schwierigkeiten, wenn die Dinge ein bisschen anders laufen als geplant. Dazu ist Volatilität schon deshalb zu erwarten, weil wir heute noch die Folgewirkungen des großen Verfalls vom Freitag sehen werden. Also das könnte eine ziemlich unruhige Woche werden. Aber kommen wir zunächst mal zu den schlechten Nachrichten. Der Moderate Democrat Manchin hat gesagt, also ich kann tun, was ich will. Ich komme schlichtweg zur Überzeugung, ich kann nicht Ja sagen zu diesem Build Back Better Programm von Joe Biden. Und damit hängen viele, viele Milliarden, wenn nicht die Billionen in der Luft. Denn das Abgeordnetenhaus hat das ja schon abgenickt mit diesem Build Back Better. Aber der Senat muss zustimmen. Und im Senat ist es ja ganz, ganz eng. Und wenn Manchin nicht zustimmt, dann wird das Ganze nicht durchgehen. Und das bedeutet, dass eigentlich eine eingepreiste Stimulusmaßnahme, nämlich von den Aktienmärkten eingepreiste Stimulusmaßnahme, erstmal nicht kommt. Man will jetzt weiter versuchen, den Menschen zu überzeugen. Aber das wird alles dauern, wenn überhaupt es gelingen kann. Jetzt hat Goldman Sachs daraufhin ziemlich deutlich die Prognose für die US-Wirtschaft gesenkt. Und gesagt, ja, also das wird natürlich einiges wegnehmen an Wachstumspotenzial und wird sicherlich eben durchaus dafür sorgen, dass eben manche Dinge nicht so laufen, wie manche sich das vorgestellt haben. Wir sehen hier die Aktienmärkte, die haben negativ reagiert. Die Meldung kam schon am Sonntag. Jedenfalls senkt Goldman Sachs jetzt eben für das erste Quartal die Wachstumserwartung von 3 auf 2%. Und es könnte noch schlimmer kommen, wenn all das jetzt wirklich so eintritt. Jedenfalls, und das ist ein interessanter Hinweis, wenn es so ist, dass also Build Back Better nicht verabschiedet wird, dann könnte es sein, dass die Erwartung, dass die Fed schon im März die Zinsen anhebt, nicht eintritt. Und das ist sozusagen das Positive an der Geschichte ohne Build Back Better, das ja hochgradig inflationär wäre, aus verschiedenen Gründen, weil die beiden Administrationen bestimmte Vorgaben eingezeichnet hat in Build Back Better, die preissteigernd wären. Also es kann sein, dass die Fed dann eben nicht die Zinsen im März schon anheben muss. Das ist das Erste. Die zweite schlechte Nachricht Corona, genauer gesagt Omikron. Holland jetzt im Lockdown und in den USA wird man zunehmend nervös, nachdem man gedacht hat, ja okay, das ist das Problem der Europäer und stellt jetzt natürlich brühheiß überrascht fest, oh, es kümpt auch bei uns langsam deutlich. Jetzt hat die CDC gewarnt, dass es wohl in der Weihnachtswoche 1,3 Millionen Fälle geben könnte. Das wäre und ein Anstieg von 73 Prozent an Toten bis Anfang Januar. Also hier ist jetzt eine gewisse Alarmstimmung. Jetzt sagt Franz Schrett, ein Analysehaus, ja, also wenn Omikron, und das könnte sich sehr rasch jetzt eben verbreiten in den USA, wenn es dann piekt, also wenn es einen Hochpunkt erreicht im Januar, dann könnte es sein, dass die Aktienmärkte zwischen dem 22. und dem 24. Dezember ihr Tiefe erreichen. Der 24. Dezember, Weihnachten ist ja Feiertag. Wir haben ja in dieser Woche nur Montag bis Donnerstag, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Also das könnte bedeuten, dass es in dieser Woche ein bisschen schwierig wird, vielleicht in dieser Woche das Tief erreicht wird. Wir werden sehen, nach meiner Auffassung ist das viel gefährlichere Virus für die Aktienmärkte, eben Jiromicron, also die hockische Wende der Fed. Denn das bedeutet Liquiditätsentzug und Liquiditätsentzug ist Liebesentzug für die Aktienmärkte. Dagegen ist Omikron ein Vorwand für die Notenbanken zu sagen, wir wollten ja, aber jetzt können wir doch leider nicht. Und so gibt es nach wie vor große, große Optimisten wie Mark Rothschatz, die sagen, dass also die Optionsmärkte extrem negativ eingestellt sind und normalerweise dann eben auf solche Extremparameter auch eine Rallye folgt, weil dann eben die Puts so zahlreich sind. Alle sind jetzt abgesichert und wenn dann was nach oben geht, dann werden diese Puts glattgestellt. Man braucht sie nicht mehr und so sieht er hier ein unglaublich bullisches Potenzial. Aber es gibt natürlich auch hier die andere Seite der Medaille. Eine Medaille hat ja zwei, eigentlich drei Seiten oben, unten und die Seitenränder sozusagen. Aber schauen wir uns hier mal die andere Seite an. Wir sehen, dass in diesem Jahr über eine Billion Dollar in die Aktienmärkte geflossen sind. Die globalen Inflows über eine Billion. Das ist mehr als in den 19 Vorjahren gesamt. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, 2021 ist so viel Geld in die Märkte geflossen wie in 19 Jahren vorher in der Summe nicht. Und das ist natürlich extrem. Das heißt, alle sind schon drin, könnte man sagen. Das ist das Problem. Das sehen wir auch am Margin Debt hier. In fast eine Billion sind wir jetzt. Das ist extrem. Und wenn wir uns jetzt eben auch den Anstieg zum Vorjahr anschauen, auch extrem. Normalerweise ist das nicht so wirklich gesund. Und das heißt, alle sind in, alle sind auch gehebelt. Das heißt, wenn mal was substanziell nach unten geht, dann ist eben ein Domino-Effekt möglich. Dann werden viele, die sich vorher für die besten Trader der Weltgeschichte gehalten haben, feststellen, dass diesmal nicht alles anders ist und sie nicht besser sind als die anderen, auch wenn sie das immer wieder tönen und sagen, Stocks always go up. Das heißt, wir sind jetzt in einer Phase, in der es schwieriger wird, in der wichtig wird, welche Aktien man auswählt. Nicht, dass die Aktienmärkte komplett nur eine Richtung kennen, alles nach unten oder nach oben geht, sondern jetzt wird eben entscheidend, wer macht die richtigen Entscheidungen. Vorher war alles eine Soße. Liquidität geht oben, die nach oben die Notenbacken pumpen, die Flut hebt alle Boote. Jetzt werden wir sehen, was passieren wird. Wenn wir jetzt mal über Zinsanhebungen sprechen, sollte die FED sie wirklich machen, dann sehen wir, dass normalerweise die Aktienmärkte eigentlich ganz positiv sind, bis zur ersten Zinsanhebung. Bei der ersten Zinsanhebung auch nochmal nach oben gehen. Warum? Weil schlichtweg dann, wenn eine Notenbank die Zinsen anhebt, normalerweise die Wirtschaft eben gut läuft. Aber jetzt wird die US-Notenbanken wahrscheinlich gezwungen sein, die Inflation schon wegen der Inflation anzuheben und gar nicht mal so, weil die Wirtschaft so gut läuft. Okay, die läuft noch relativ gut, aber in Europa läuft sie nicht mehr so wirklich gut. Wir sehen das in Deutschland. Wir sehen in China einen deutlichen Abschwung. Das wird auch an den USA tendenziell nicht vorbeigehen. Jedenfalls, normalerweise Zinsanhebungen sind gar okay am Anfang, bis sie nicht mehr okay sind. Und dann sehen wir, dass diese Zinsanhebungen die Wirtschaft belasten. Daraufhin gehen die Aktienmärkte nach unten. Daraufhin geht der Zins dann in der Regel auch wieder nach unten. Und so sagt jetzt die Bank of America. Guckst du, normalerweise kauft man eben die erste Zinsanhebung und verkauft dann bei der vorletzten Zinsanhebung. Jetzt sagt aber hier die Bank of America, diesmal ist es anders. Wir haben ein anderes Schema durch Corona und die Inflation. Man erwartet tighter Financial Conditions, also weniger laxe Finanzbedingungen. Denn das ist genau das Ding, was die FED erreichen muss, wenn sie die Inflation runterbringen will. Dann muss sie diese extrem ultralachsen, historisch ultralachsen Finanzkonditionen ein bisschen verstrengen sozusagen, damit sie die Inflationserwartungen nach unten bekommt. Bank of America jedenfalls sagt Long Dollar, Long Move, das ist die Volatilität der Anleihenmärkte, Long WIX, das ist die Volatilität des S&P 500, Short Credit, also zum Beispiel Junk Bonds. Man sagt, dass die Earnings per Share sich verlangsamen werden, also die Gewinne werden sich verlangsamen. Man sagt, Zykliker sind möglicherweise jetzt nicht so gefragt, Long Commodities, um die Inflation abzuhätschen, also Long Rohstoffe. Man sagt Short Nasdaq und möglicherweise Long Emerging Markets in China. China ist offenkundig ja dabei, geldpolitisch jetzt schon umzusteuern, aufgrund der Wachstumsschwäche dazu gleich mehr. Also hier ein paar Empfehlungen. Defensiv ist das Motto, nicht jetzt eben das Motto, dass wir praktisch seit einigen Jahrzehnten haben, vor allem seit Corona eben Nasdaq, Tag Long, unprofitabel, egal, teuer, egal, rauf. Das Ding wird wahrscheinlich beendet sein oder wird so nicht mehr laufen jetzt in Zukunft. Wir sehen hier übrigens unten in dieser Grafik, dass wir jetzt im Dezember massive Ausflüsse aus den Developed Markets gesehen haben, also aus den entwickelten westlichen Aktienmärkten, wenn wir uns das genauer mal anschauen, was da passiert ist, dann sehen wir, dass vor allem aus den westlichen, nicht-amerikanischen Aktienmärkten massiv Geld abgeflossen ist, nicht aus den amerikanischen. Da ist also noch ein gewisses Abflusspotenzial, könnte man sagen. Aber insgesamt sehen wir, wenn wir uns die Geschichte mal anschauen, dass auf einer Equal Weight Basis, also wo alle Aktien gleichgewichtet sind, Value deutlich jetzt schon, Grows outperformed, dieser Abwärtstrend gebrochen ist, Grows ja jahrelang besser als Value, jetzt ist dieser Abwärtstrend gebrochen und das könnte wirklich jetzt ein Trend werden. Wir sehen hier den Informationstechnology-Sektor im S&P 500 und den unprofitablen Tech-Sektor, der von Goldman Sachs in einem Basket ermittelt wird und für den geht es schon deutlich nach unten, während insgesamt Information Technology noch nach oben geht, eben durch die Generäle, durch die Dickfische, durch eine Apple, eine Microsoft, wie sie alle heißen, eben diese ganz großen Aktien. Was bedeutet das? Das könnte bedeuten, dass es für eine Dame, die meine zweitbeste Freundin ist, ein bisschen schwieriger wird. Die hat sich jetzt am Wochenende geäußert und wieder gesagt, guckst du, also meine Strategie ist doch die richtige, auch wenn die Zahlen derzeit dagegen sprechen. Man muss ja sagen, sie hat eine Zeit lang eine sehr gute Performance gehabt. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann waren es aber immer einzelne Ausreißer nach oben, die das Ganze bei Cathie Wood nach oben gezogen haben. Bitcoin, glaube ich 2017, dann Tesla 2020, wenn man sich den Rest der Positionen anschaut, die sind gar nicht so gut gelaufen, aber diese Ausreißer nach oben haben das Ganze eben dann auch nach oben gezogen. Jetzt sagt sie, ja, also viele meiner Werte, die ich habe, unprofitable Werte oder sehr teure Werte, die sind ja schon deep in the value, also die sind tief praktisch günstig jetzt schon, so sagt sie. Na ja, eine Tesla mit einem Kursgewinnverhältnis von 1300 und da ist Tesla nicht die einzige. Ist eine Frage, ob das günstig ist, gell? Ist eine Frage der Definition. Jetzt sagt sie also, gemäß unseren Schätzungen könnten wir praktisch eine Annual Rate of Return, also praktisch eine Jahresperformance haben von jedes Jahr 40%. Okay, die Cathie, gell? Ja, wenn es Zero Hedge jetzt mit einer gewissen Ironie, einem gewissen Sarkasmus obendrauf, okay, wenn du das 100-fach hebelst, dann wären das ja 4.000 pro Jahr. Ne, das ist empfehlenswert. Aber Cathie Wood wird jetzt im Prinzip das Opfer ihres Erfolges. Wenn du, wie Cathie Wood, solche marktengen, wenig liquiden, unprofitablen Titel in dein Depot nimmst, dann ist es eben so und du bist erfolgreich, die Kurse steigen, dann fließen dir immer mehr Anlageinvestorengelder zu. Diese Investorengelder, die investierst du wiederum in diese unprofitablen Aktien, die dann weiter steigen. Und so ist das praktisch ein Domino-Effekt erstmal nach oben. Aber wenn das Ganze nach unten geht, dann ist es ein Domino-Effekt nach unten. Performance ist schlecht und sie ist dieses Jahr schlecht, dann ziehen die Leute Geld ab. Dann muss Cathie Wood eben, muss Arc Innovation diese schlechten Positionen oder diese Unterwasserpositionen eben auch verkaufen. Und hier sehen wir mal, dass jetzt die Assets um 37% abgenommen haben seit Jahresbeginn. Also die Summe, die Cathie Wood verwalten kann, hat massiv abgenommen, sogar stärker noch als die Performance mit minus 27%. Also jetzt wird sie vielleicht Opfer eines Teufelskreislaufs. Die Leute ziehen Geld ab, sie muss verkaufen. Wir sehen bei einem anderen ETF, das sie anbietet, Arc Genomic Revolution. Hier sehen wir, dass etwa die Abflüsse so massiv sind, da hat sie 60% verloren und 44% ist die Performance, minus 44%. Also hier sehen wir, wie sich das Ganze so richtig aufspulen kann. Kommen wir to something completely different. Die Message ist, wir haben jetzt eine Situation, die sich nach meiner Auffassung völlig unterscheidet von der vorherigen. Wir haben einen monetären Klimawandel, wir haben eine FED, die möglicherweise in eine sich abschwächende Wirtschaft aufgrund der nachhaltig hohen Inflation die Zinsen anheben muss. Das bedeutet für zu teure Unternehmen, für unprofitable Unternehmen, die beispielhaft eine Cathie Wood im Depot hat, dass es eben schwierig wird. Jetzt kommen wir mal zur anderen Seite. Jetzt kommen wir zu China. Und hier sehen wir, die lockern schon ein bisschen die Finanzkonditionen. Die 1-Jahr-Loan-Rates, also die 1-Jahres-Kredit-Raten auf 3,80% gesenkt von 3,85%. Die 5-Jahres-Rate lässt man bei 4,65%. Also, und da wird man schon langsam nervös in Peking. Jetzt hat man, und das zeigt diese Nervosität, jetzt hat man staatliche Unternehmen gebeten, hier die Troubled Developers auszubailen. Das heißt, die sollen jetzt irgendwelche Projekte von diesen Immobilienentwicklern übernehmen, die in Schieflage sind. Evergrade jetzt auch ja von S&P auf Default gestellt am Wochenende, nachdem das zuvor Fitch gemacht hatte. Also wir sehen jetzt einen Domino-Effekt an Pleiten, wahrscheinlich im Immobiliensektor in China. Jetzt sollen staatliche Unternehmen diese praktisch ausbailen. Diese staatlichen Unternehmen in China sind schon so massiv verschuldet, dass es gar nicht mehr viel mehr zu gehen scheint. China ja mit einer Gesamtverschuldung von 320% zum BIP. Dagegen ist alles andere ein Witz, mit Abstand das höchst verschuldete Land in Relation zum BIP. Und warum? Weil es die Staatsfirmen sind, die meistens ineffizient und vor allem extrem hoch verschuldet sind. Jetzt sollen die also ausgerechnet die anderen Pleitekandidaten retten. Viel Erfolg damit. Jetzt gab es die Meldung, dass Sinovac, dieser chinesische Impfstoff, nicht gegen Omikron wirksam ist. Das heißt, die Chinesen werden wahrscheinlich erst mal ihre Grenzen weiter dicht machen, dicht halten. Das dürfte auch Wirtschaftswachstum kosten. Toyota übrigens hat jetzt auch wieder weitere Produktionsstätten schließen müssen aus Supply Chain Issues, also aus Lieferengpässen, Materialmangel etc. Und woanders geht es auch zur Sache. Der Rajib, der hat gesagt, also für mich ist jetzt der Zins an sich schlecht, gell? Weil ich bin ja Muslim und da ist ja Zins eigentlich verboten. Dementsprechend ist mein Ziel, die Zinsen zu senken, runterzubringen. Und das hat die Devisenmärkte richtig gefreut. Dollar, Lira jetzt über der Marke von 17 am Freitag. Ja, Chaos an den Finanzmärkten in der Türkei. Da auch die Aktienmärkte eingebrochen. Die Banken kriegen Schwierigkeiten, die Unternehmen kriegen Schwierigkeiten, weil sie eben teilweise in Dollar verschuldet sind. Das ist eine Spirale, die hier sozusagen sich in einem Endstadium zu befinden. Ich bin mal gespannt, ob die Türkei in diesem Jahr irgendwie einigermaßen noch aus diesem Schlamassel rauskommt. Und ich vermute, das wird relativ schwierig. Wir sind auch in einem Schlamassel. Die meisten Leute wissen es nur nicht. Wir sehen hier, dass jetzt etwa die Gasspeicher in Deutschland, in Europa insgesamt extrem niedrig sind. Das ist das niedrigste Level, das wir seit vielen, 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 vielen Jahren haben. Wir sehen, dass die Russen praktisch nicht mehr einspeisen in diese Plattform, oder in diese Pipeline, die dann in Reden in Niedersachsen mehr oder weniger die Befüllung der Lager letztendlich ermöglicht. Wir sehen, dass sich jetzt also in Europa die Preise für Erdgas verzehnfacht haben in diesem Jahr und die für Strom verachtfacht haben. Kein Problem, das ist nur vorübergehend. Mein Kollege Hannes Zipfel hier einen Artikel geschrieben, Gaspreis, Rechnungen explodieren, Lieferungen eingestellt, Lagerbestände schwinden, werde ich Ihnen unter dem Video dann noch verlinken. Wir sehen, dass wir hier etwa neue Rekorde bei Strompreisen haben. Wir sehen jetzt in Westeuropa überall über 300 Megawatt pro Stunde. In Frankreich und der Schweiz fast 400 Megawatt pro Stunde. Und das sind die Zahlen, die ich Ihnen gleich in Relation setzen möchte. Hier jemand aus einem Forum über Strom, der in einem Kohlekraftwerk arbeitet. Da heute ein historischer Tag an der Strombörse ist, möchte ich euch Folgendes mitteilen. Der heutige Tag ist mit 344 Euro pro Megawattstunde der teuerste je an der Börse gehandelte Tag. Ich bekomme gerade Info von meinem Chef. Ich arbeite in einem der modernsten Kohleblöcke der Welt und kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals so viel in Betrieb waren wie in diesem Jahr. Das heißt, ein Kohlekraftwerk gesteuert so viel dazu bei zur Energieversorgung Deutschlands wie noch nie. Das ist die grüne Energiewende mal ein bisschen andersrum. Und die Bundesnetzagentur fordert also praktisch ständig den Betrieb dieses Kohlekraftwerks, schreibt er hier, und für mich bleibt es unverständlich, wie man in so einer Situation am Jahresende 3 AKW abschalten kann, also Atomkraftwerke. Genau das passiert. Ja, also man schaltet jetzt ein potenzielles Backup-System, über das man nicht begeistert sein muss über Atomkraft. Das verstehe ich ja durchaus. Aber man schaltet ein Backup-System, das er aus dem Gröbsten vielleicht rausholen könnte, wenn mal richtig Not am Mann ist. Das schaltet man jetzt ab. Dann sagt dieser Insider, der Winter wird spannend. Aufgrund der tiefen Flusspegel ist die Kohleversorgung in Süddeutschland schon sehr angespannt. Hinzu kommen noch die historisch leeren Gasspeicher. Somit fehlt nur noch ein harter Winter, damit es richtig eng wird. PS zur Einordnung des aktuellen Strompreises, wir haben gesehen, über 300 Euro die Megawattstunde. Zwischen 2014 und 2020 waren wir so zwischen 25 und 30 und dann bei 60 Euro die Megawattstunde. Also ein massiver Anstieg und es deutet nichts darauf hin, dass das jetzt irgendwie bald weniger wird, denn die Temperaturen werden demnächst fallen. Zweiter Hinweis auf einen Artikel vorhin, diese Explosion bei den Gaspreisen. Jetzt der zweite Hinweis. EZB tief in der Zinsfalle, zirkische Lira auf Lira Crashkurs. Und ähnlich wie die türkische Zentralbank ist auch die EZB scheinbar nicht besorgt über irgendwelche Preisstabilitäten oder Geldwertstabilitäten, sondern man ignoriert Inflation und sagt und tut so, als wäre all das kein Problem. Es ist ein Problem, ein wichtiger Artikel, den ich Ihnen unter dem Video auch verlinken werde. Das sind die zwei Hinweise. Mal schauen, wie es heute weitergeht. Es gibt auch eine positive Seite dieser Geschichte mit Omikron und vor allem mit Menschen. Die Frage ist, wann kommt die zum Tragen? Jetzt einen guten Start in diesem Tag und die zwei Artikel unter dem Videoservice anschauen.